Bruder, was machst du denn? AAAAAAAH! Woher? Uuuuhhhhhh! Oh nein, das ist so schlimm geworden bei mir. Selbst wenn es kein Tuttle ist. Was zum Fick hast du da gezeigt? VLSK beißt Mango auf Kehle. Franzi nuckelt an ihrem Schwanz. Ähm... Das habe ich ein bisschen anders verstanden. Ich bin wirklich 12. Warum? Mango, Ben Hammert, Maluna, Re... Hey Leute, was geht ab? Welcome to the Stream! Hey, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hey, das ist ein bisschen spontan heute. Und zwar hat mich vor ein paar Stunden Chris gefragt, ey, hast du Bock auf Guardic-Phone? Und ich dachte mir, let's fucking go? Ich brauche nur nachher noch mal die Guardic-Phone-Regeln. Die Guardic-Phone-Regeln? Naja, wann ist abseits, wann nicht? Ähm... Man muss was zeichnen, das wirst du verstehen, glaube ich. Man benutzt seine Leertaste, Tim. Oh Mensch, wenn es bloß eine Möglichkeit geben würde, jemanden anzustupsen im Discord. Wir rufen einfach alle gleichzeitig Maluna an. Wir crashen einfach ihren Telefonanbieter. Maluna, Mazat. Wir rufen Bart an und der soll zu Mazat rübergehen. Vielleicht könnt ihr einfach kurz zu Mazat rübergehen und nichts sagen außer Mazat. Nur... Okay, Moment. Was? Ah, sie ist hier! Was wolltet ihr mich... Na? Na? Warte. Wir sind durch. Okay. Danke fürs Mitspielen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao. Ähm... War nice. Hallo. Maluna, hat sich dein Puls eigentlich schon beruhigt? Seit gestern? Stückweise... Das ist ein bisschen sauer gefühlt. Ich bin doch auch da, aber ich bin direkt neben dir. Was? Mach doch nicht diesen! Stückweise war der ja. Das ist krass so. Ich musste ja leider das VOD jetzt löschen von MotherCard. Das heißt, wir können einfach so tun, als wäre das nie passiert. Du musstest es löschen? Ja, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Also, man kann es doch nicht mit dem Handy-Pin kommen, aber trotzdem muss er jetzt nicht. Ach, wegen dem Handy-Pin! Also, lol. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott! Ey, was machen wir jetzt hier? Wie, wir schreiben jetzt alle das Gleiche. Oh Mann, ey. Man muss ja kreativ sein. Ja, doch. Bisschen. Äh... 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 Ja, ihr... Oh, Punkt. Oh, scheiße. Ich mach auch wieder so ein klassisches Thema. Äh... Äh... Was ist denn das hier? Äh... Offensichtlich geht's auch einfach nicht. Das ist ja nie so frech. Hallo, wenn man das und ich krieg das zuerst. Das ist auch rein. Hm. Hm. Okay, ich geb mir Mühe. Äh, habt ihr eure Streams auf 18? Ja. Ähm, gut. Ach, scheiße. Äh... Bei mir sind auch alle... Chat ist... Sind alle über 18, ne? Äh... 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 Hä? Hä? Was zum Teufel? Wer soll das sein? Also... Was? Was hab ich hier gerade gekriegt? Mit kurz oder kurzen braunen Haaren. Äh... Tim ist wahrscheinlich irgendwas mit Gelb dabei. Klassisch. Und Cat Ears? Cat Ears? Ja, Tim. Cat Ears geht auch. Äh... W... Was? Wie soll ich das denn machen? So. I'm logging in. Noch bevor die Zeit überhaupt vorbei ist. Was? Ich mach die Sachen jetzt ab... Also ich mach die jetzt, äh... Family Friendly. Was ist das? Ja, der muss sich ausdrücken will nach draußen. Keine Ahnung, ey. Das ist... Was ist... Was? 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 Ach so, okay. Ähm... Aber es ist ein guter Pin, wer auch immer sich den ausgedacht hat. Ähm... Ähm... Fuck, nein! Oh, das war richtig knapp. Was soll ich das letzte? Oh mein Gott, es tut mir leid. Äh... Okay, das ist jetzt... What? Wie soll ich das denn? Junge, ich weiß nicht, wie oft ich Mazat jetzt schon gemalt habe in dieser Runde, aber... Wie zum Teufel soll ich das hier malen? Partzy kriegt keine grünen Prime-Subs. Wie gemeint. Grün? Vor allem grüne... Was sind denn grüne Prime-Subs? Ach du Scheiße. Jetzt wird's katastrophal. Funktioniert das? Das ist ne absolute Katastrophenrunde gerade. Oh! Ach ja, das ist... Das ist okay. It's time! Ich hatte gerade Zeit! Nein! It's time! Bart kratzt mal und hast Gemüse mal dann nur von der Wand. Oh! Mach die Augen zu! Mach die Augen zu! Aha! Wer hat das falsch verstanden? Mach die Augen zu! Hä? Bruder, was machst du denn? Was? Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich verstehe es ja auch nicht! Tim, warum? Bart kratzt Masat's Bosch. Hä? Ich hab dann die... Guck mal, das ist dann schon... Das ist jetzt ne Story. Das geht jetzt weiter. Das ist die nächste Szene. Joink. Joink! 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 I can't! Oh, das ist gut Das ist gut Ich wollte nochmal neu malen Habt ihr merkt, ich hab keine Zeit mehr Kleines Feuerchen Zur Besuch mit allem Oh nein Ich wollte das voll cool umdrehen, ja, dass wir die Tiere sind Oh nein Katastrophe Gleichberechtigung Die Gang wir verbrennen im Gefängnis Wait, warum hab ich den grünen Hut auf? Ich, keine Ahnung Verbrennen wir Ja, weil das Feuer, das geht auf uns alle rüber Wenn Mazat brennt, dann brennen wir nachher alle Oh, oh Du sollst nur schreiben, was du erkennst Am brennen Ich hab das nicht Groß und klein Super gut gemacht Ja, da fehlen Ja, da fehlen nur Parzi Ich hab einfach nicht alle hinbekommen Mädchen schubst einen Clown Du schwitzt einfach So macht man das Okay, gut, das war wirklich generisch Das ist sehr angenehm Ich hatte Angst, da irgendjemand nicht zu erkennst Also Was daraus geworden ist Du kannst doch nicht Pink benutzen Was daraus geworden ist Wow Wow Mädchen im blauen Kleid schubst VLES-K-Clown weg VLES-K-Clown Ich hab das mit Schubs ein bisschen anders verstanden Das ist ein Vogel Das ist ein Vogel Ist das ein Vogel? Das ist ein VLES-K Achso, oh mein Gott Ich hab jetzt auch Okay Oh nein Ja Das ist ein VLES-K-Clown Wenn ihr das mit der Gemüsel Dann steht natürlich VLES-K-Clown Das ist mit der Gemüsel Lassern ist tief gegangen Maluna liebt ihren Handy-Code Ihren Handy-Code Code Handy-Code Das ist ja super gut, ey Ja, das ist echt gut Warum kannst du so malen, ey Insane Ich hab wirklich Ich mach legit Strichmännchen Maluna liebt ihren Handy-Pin-Code Code Das wird besser mit der Aussprache Not bad Das ist dein Code, oder? Ja, ja Das ist sogar der richtige, ja Oh, 2069 Malat liegt ihren Handy-Pin live on-stream Live on-stream So ein Bildtitel, einfach so Live on-stream Warum schätzen die mich alle so ein? Wir sind halt alle zwölf Stimmt's nicht Patsy ist ein Autokrat, der anderen verbietet, was zu zeichnen Was? Das ist zu komplex für mein Hirn Das ist echt groß geworden Wenn ihr den Preis gibt, dass jemand ein Autokrat ist Wow Das ist lustig Das ist lustig Ich hab natürlich erkannt, dass es sich um Autokraten-Patsy handelt Ja Patsy mal verbietet Streamern rauszugehen Das ist ja auch geil Ihr müsst fucking streamen, wir brauchen Geld Was wurde da raus, frag ich mich Well Ach, weil Patsy am Anfang gesagt hat, wir dürfen keine Nut-Type-Zeiten, oder? Ja Richtig, ganz genau Ach so Oh mein Gott, nein Was hat das gemacht? Das ist richtig cool, ne? Ach so Patsy kriegt keine grünen Prime-Subs Wie gemein Ihr müsst, was ihr jetzt seht, was ihr jetzt seht, müsst ihr ignorieren Auch grünes Prime ist absolut ignorieren Ignorieren jetzt Einmal im Monat erneuert werden Nicht hingucken, bitte Was? Ich weiß nicht, wie soll ich einen grünen Primes abmalen Ich bin Narzisst und hab über mich selbst geredet Oha Ja, ich hab dich eh zu Lomenti gemacht, Mazat, kein Problem Mazat bei Mario Kart Was? Ja, ich hab das mit dem Feuer vergessen, dass das dann Mazat ist und irgendwie zu Lomenti Lomenti lässt alle hinter sich brennen in Mario Kart Der wird aber auch accurate, ne? Mhm Das ist schon wieder so gut Du bist kurz vor der letzten Runde Ich hasse das Maluna werbend in letzter Platz Hölle, während Franzi anzieht Ihr müsst ja auch merken Wenn irgendwas Bärchenohren hat, dann ist es auch Lumi, nicht mal so Das ist nämlich die Scheibe oben vorne Das ist jetzt die Scheibe vorne Ach so, ich dachte, das wäre so ein riesengroßer Schweißtropfen Ja, weil du am Schwitzen bist auf dem Essen Ja, aber ich werde ja eh wieder abgeknallt von dem ersten Platz Not bad Not bad That was good Das ist jetzt beschlossen Franzi rebrandet sich on stream Oh, jetzt hab ich's ausgesprochen Oh nein Jeder Satz einfach jetzt Oh nein, okay, okay Wird das so geschrieben? Oh, das ist ja voll süß Warte mal, wie malt man denn ein Waschpelz? Was? Ach so Warte, wusstest du jetzt nicht was in Waschpelz? Pssst Ja, das sind ganz exotische Tiere Das muss schön werden hoffentlich Ach nee, schwierig Es tut mir leid Ähm, gut enough Oh nein, ich bin jetzt Oh nein, ich weiß, was das ist Aber ich Oh mein Gott Okay Alles gut Was hast du denn? Das ist ja Das ist ja, also Wer auch immer das am Anfang geschrieben hat Ich musste da Ich gehe davon aus, dass es mal so war Aber ich musste echt erst mal drüber nachdenken Was ich da zeigen soll Okay Schreibe ich das so Das ist so cool Aha That's fucking nice Okay, let's go Log in Ähm, folgende Problematik Ja Das ist hässlich Okay, aua Die Eltern bei der Geburt ihres Kindes Äh, Problematik Das ist zurückgeben Boah Boah, das war so ein Nervenkitzel gerade Wirklich Hurra So ein Nervenkitzel Jetzt hat sie überrascht Ähm Ähm Jo Was? Wie ist das denn passiert? Das ist richtig schön geworden actually Das würde ich so ausdrücken Okay Ich hätte ein anderes Wort verwenden sollen, scheiß Alter, was? Monka Monka-Toss Big Monka-Toss Okay, jetzt bin ich richtig gespannt Ich auch Mango reitet auf Tutel in den Sonnenuntergang Was ist ein Tutel? Tutel 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 Oh nein Das ist so ein Gen-Z-Meme Bist du ein bisschen zu alt dafür Tutel Hey, wir sind Gen-Z, let's go Gen-Z ist Gen-Z nicht Bis wann ist Gen-Z? Es ist ein grünes Lapras geworden, oder? Das ist einfach Lapras in grün Ja, dann bin ich eigentlich Gen-Z Oh nein Das ist so schlimm geworden bei mir Sieht aus wie so eine Wüste Voll geil Ich hab das falsche Tier gemalt Mango reitet mit einer Tutel in den Sonnenuntergang Aber was ist wrong? Katastrophe Was kommt jetzt bei dir? Katastrophe Du wirst doch wissen, was ein Tutel ist Warte mal, aber wenn man Tutel eingibt Dann muss doch diese scheiß Schildkröte kommen, oder? Dann müsste das Meme kommen, ja Ich hab einfach so gedacht Reitet in den Sonnenuntergang Ich hab Tutel, glaube ich, gar nicht wahrgenommen Können wir das bitte als neue Tutel etablieren? Das ist ja sehr süß Selbst wenn's kein Tutel ist Was zum Fick hast du da gezeichnet? Ich wollte ein Pferd malen Wer ist das da mit dem Waschbärschwanz? Fragt sich Franzi Hm, mhm, mhm, mhm Oh nein Oh, wait a minute Momenti ist verwirrt über eine Zebrasocke Oh nein Zebrasocke ist auch geil Oh no, 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 no 50 Euro? Warum die 50 Euro? Man kann ja auch ein bisschen Eigenwärmung machen Socken? Ja, ich hab den Sabber am Mund gesehen Und dachte instinktiv irgendwie an Mazzard Oh Oh Sorry, was war das? Hab ich immer so Es tut mir leid Ja, gut Nee, nee, ist okay Lol Einfach brennend zur Kasse laufen, man kennt's Ich bin ja riesig Was für nice Proportionen, die ich hab Lässiger Lifestyle-Waschbär gönnt sich ne leckere Cola-Yummy Yummy Yummy Hä? Oh, das ist ja sweet Das ist recht gut Das ist so ein kleiner Trucker-Waschbär Er trinkt einen über den Durst Ich hab den nicht Ah, ja, okay Ich find's schön, dass Tim das sofort zeigen konnte Ey, das ist richtig gut Ist das akkurat? Ja, das ist übel akkurat Übel akkurat Ja, ja Jetzt schreit sie das noch Häh, du hast es ja rausgefunden Nice Jawohl Das ist übel strong Jawohl Richtig gut, ja Ich dachte, das versauen jetzt alle Weil ja auch keiner weiß So richtig Okay Ach, Quatsch Ach klar, aber stark. Nee, alter, mega gut. Was, vielleicht will da Werkzeug mehr oder das, oder Kawai-Zi? Kawai-Zi, Kawai-Zi. V-L-E-S-K beißt Mango auf Kehle. Was? What? 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 Was haben wir die falschen Hände? Ich sag, wie es ist. Denk mir, was passiert ist, nachdem Mango nach Berlin gezogen ist, jedes Wochenende. What the heck? Are you doing over there? Ja, ich dachte, hä? Wo ist da der Biss? Ich hab da jetzt nichts vorhin gesehen. Dann bitte auch. Du genießt das richtig hart. So. Ich beiß die mir einfach so an die Schulter anscheinend. Ich hab mich selbst nicht so tief in der Hals. Warum bin ich, ich bin ja auch mini einfach. Ja, gut, ich bin wirklich klein. Trau, L-E-S-K umarmt den traurigen Mango. Das ist ja fantastisch. Wahnsinn, du bist so unschuldig. Ja, ich wollte, ja. Oh, er ist traurig wegen League. Oh. Die Rank-Q läuft wieder nicht. Mama ist froh, dass sich Mango von L-O-L geteilt hat. Das mag er nicht, ne? Mann, ey. Das klappt nicht. Schade. Niemals. Das war für die Wissenschaft. Das war eine gute Runde. Gut, schade. Nee, Stiefel Bamboo. Kehlebeißen, what the heck? Hä, Klassiker. Franzis war Sperrschwanz ins Abgefallen und ist weg online. Welcher Klassiker ist das? Er ist ins Rick. Das kam, glaube ich, nicht so bei mir an. Okay, Leute, ich sag, was es ist. Ich dachte erst, es wäre Kot. Was? Was? Ich dachte, es wäre jemand, der echt tauffes Essen gegessen hat und der Kot brennt. Franzi hat sich ihren Tanuki-Schwanz abgerissen. Oh, yeah. Okay, ich glaube, das wird nur noch schlimmer gerade. Aber ich habe es noch erkannt. Also, alles ist easy. Ich habe... Oh, nein. Oh, nein. Okay, jetzt wird es schlimm. Ja, Tim, warum hast du das gemacht? Franzi noch gut an ihrem Schwanz. Ich wollte Schweif erst machen. Das wäre die bessere Wortwahl gewesen, glaube ich. Ja, ich habe es aber noch einigermaßen im... Gut. Ich habe nur noch eine Warnung mit reingepackt. Sehr gut. Sehr gut. Monka-Dorsi. Auf einmal einfach so ein Affe geworden, na ja. Warnung war ja hilfreich auf jeden Fall. Da kommen die Bärnöhrchen wieder dazu. Rebrand tonight. Ich glaube, wir dürfen nicht für den Tanuki-Schwanz gehen. Der wird einfach nur für die Zebra-Socke gehalten. Tanuki. Oh, wie happy. Was habe ich da... Ach, ach ja. Ich erinnere mich. Ich bin aber sonst. Ich bin ein grünen Schildkröten im Panzer. Was? Okay, Entschuldigung. Der Panzer ist eindeutig braun. Unziemlich braun. Du bist ja auch sehr viel... Du hast so... Sehr... Sehr lose. Basiert auf den Sachen, die du siehst, ne? Naja, ich wollte gerade sagen, dass das so ein bisschen... Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Aber der hat nämlich ging... Ich dachte, das Mario-Ding, ne? Ja, ja. Der Kupa. Ja. Kupa. War das Gelbe. Mango peitscht eine Toothel aus, aber warum? Ja. Oh ja, das ist richtig schön. Die Toothel ist so richtig glücklich und Mango so, hä, warum mach ich das? Das ist richtig gut. Wenn man sofort mit irgendwas Positives... Das ist richtig gut. Fantastisch. The Internet ruined me, I'm sorry. Nochmal, nochmal. Okay. Ähm. Flex. Okay, was sind die mir jetzt als... Oh ja, ich weiß genau. Oh ja. Lesk has been permanently burned. Aha. Schau. Actually, das ist gut. Da will ich sehen, was daraus gemacht wird. Okay, ähm... Oh, wow. Oh, soll ich das mal anstreben? Das könnte ich ja mal probieren. Du. Aber hoffentlich hast du das bekommen, was ich gesagt hab. Versuch das mal. Wie zeichne ich das? Ach du Scheiße. I tried. Das ist... Wie soll ich das denn derzeit zeichnen? Ich hab mein Bestes gegeben, aber das ist halt wirklich absolut asozial. Denk nicht Queen's 12-Jähriger. Wie heißt denn dieses Ding? Ey, keine Ahnung. Masern, was... Hm. Hm. Wo Arme? Ja, good enough. Ich hab's versucht. Nee, das wird auch nie im Leben erkannt, aber ich muss die Szene dann hinterher... Also ich muss... Das Referenzbild. Ach nee, ich hasse alles. Die sehen so unschuldig aus. Keine Ahnung. Was? Das sind so Speedlines. Das ist ganz, ganz schwierig. Eine Ahnung. Hä? What? Das wäre ja gut geworden. Äh. Wait a minute. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, wer ist das? Äh. Wer ist das? Wow. Wow, 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 wow. Moment. Ähm. Bin dumm. Tim, du hast mich angerufen. Hm. Ja, erst, als ich Bescheid sagen wollte, dass wir durch sind. Ich mach nichts anderes, außer Mango zu malen seit zwei Stunden. Ja, ich auch. Wenn ich auch mal kann. So, wir reden über halbes Jahr. Das ist sowas von Toss. Hä? Was ich hier hab gerade. Dann mach's mal nicht, Toss. Ey, was soll ich machen? Es war genau das. Ich hab's nur beschrieben. No worries. Ich kann das nicht malen. Ich kann da nur Toss hinschreiben. Okay, ich geb mein Bestes. Aber wenn wir alle gebannt werden, werden wir gemeinsam gebannt, okay? Nein. Nein? Nein, Spaß, Spaß. Oh, hell no. Oh, hell no. Okay, äh. Ja, weiß ich's nicht. Beautiful. Weil, weiß ich jetzt nicht. Ah! Ah! Milu! Ich hab's nicht mitzusehen. Ich hab's nicht mitzusehen. Ich hab's nicht mitzusehen. Ich hab's nicht mitzusehen. Ganz, ganz knapp. Oh nein, Ruins! Vielen Dank für den Fall. Okay, jetzt gespannt. Bin so gespannt auf diese Runde. Milu, na, VL, ESK, füttern Mango mit Schoki. Das hab ich ein bisschen anders verstanden. Also erstmal noch kein Unban. Okay. Das hab ich ja komplett anders verstanden. Hey, die alle wir haben. Oh my God. What? Oh my God. Das hab ich ja komplett anders verstanden. Ja, gut, also. VL, ESK und NASA töten Mango mit Schoki-Erstückung. Ja, aber du hast es doch genau so verstanden. Ja, ja, passt doch. Aber das stand auf Füttern und hier wird getötet. Naja, aber du wirst ja das Bild interpretiert. Du musst ja nicht versuchen rauszufinden, was passiert ist, sondern einfach schreiben, was du süß. Na ja, okay. 5L, das sieht aus wie so ein böser Einhorn-Villain bei mir. Ja, das ist einfach Anime-Gockeitsch. Ich bin richtig Anime geworden. VL, ESK und Marlona töten Mango mit Schokolade. Stark, stark. Schokolade. Ich hatte gehofft, dass jetzt Schokolade sein wird. Die Narrative. Der kann man nicht auch sehen. Oh, das ist ja super nice. Das ist super nice. Du bannst niemanden mehr. Das hat sich ausgebannt. Erfahrung ist von Hannah geschwungen. Der war meins. Das tut mir leid. Sehr schwer. Ich bin zwölf. Ich bin wirklich zwölf. Warum? Mango, Ben Hammert, Marlona, Rie. Woll. Aber ich bin zum Glück a nature adult. Was? Bonk. Schon von oben auch. Das ist ja super gut. Ja, so angesprochen. Lukas hautmasert mit dem Bannhammer wegen Schoki. Das ist super geil. Direkt die Schärfe rausgenommen. Perfekt. Schoki? War das so ganz unschuld? Schoki? Mülltonnenlandung auf dem Mond. Masert und Franzi happy. Das habe ich nicht gerafft. Das habe ich auch nicht gerafft. Ist eindeutig ein Mond. Ich finde, das kann man erkennen, ja. Wobei, es sieht eher aus, als würden sie von da gerade abheben. Masert und Franzi fliegen mit Mülleimern in den Weltraum. Oh ja. Okay. Das ist einfach nur ein Äpfchen. Maluna und Lomenti fliegen mit Mülltonnen durchs Universum. Geil. Ich will es alle, meine Modes neu machen. You did it. Ja. You actually did it. Ja. Ja. Ich brauche Spotify. Stark. Irgendwie hat Maluna keine Arme mehr. Super stark. Ja, so eine Mondlandung, ne. Ist auch anstrengend. Mal und Ask Good E-Girl Transformation. Ja, ne. Ich wusste nicht, wo ich hingehen will. Und habe mich einfach nur darüber gefreut, wie schön ich meine Proportionen gemalt habe. Und dann. Ich weiß nicht. Maluna im Kleid. Guck zu. Ich wollte zufrieden schreiben. Ach so. Ah, okay. Da war ich dann ein bisschen so. Äh. Das Kleid. Was? Ich habe mir den Rücken brennt gemacht. Marzatsblaues Kleid brennt. Alarm. 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 Oh. Das ist so gut. Mit dunklen Maus. Oh. Ja, die Warte ist auch verbrannt. Oh. Liebe Zudel. Toga Bier mit den Boys. Antikes Griechenland. Schon wieder Toga. Oh mein Gott. Ja, ey. Ich habe eine Idee gehabt am Anfang. Dann habe ich alles löschen müssen. Und dann habe ich am Ende kurz geballert. Oh mein Gott. Wie heißt denn sowas? Also ich habe halt jetzt Band geschrieben. Mann mit rotem und Mann mit blauem Band stoßen an. Scherpe meinst du? Scherpe, das ist das Wort, was ich danke. Oh Gott. Das ist ganz furchtbar schief gelaufen. Ja, mir hat jemand gesagt, die sehen nicht männlich. Ich bin nicht aus. So, ja. Achso, wäre mir gar nicht aufgefallen. Und die netten Personen stoßen auf ihre Bohne an. Dieser Satz, da dachte ich Toss. Was? Das war das, was ich gesehen habe, okay? Das sind A und D. Ich dachte mir, ich meine zwei Bonis. Ich habe das mit Rot und Blau gezeichnet. Und da ging es die ganze Zeit um diese A und D-Lat-Geschichte. Ich habe das versucht zu zeichnen. Aber das ist halt... Also wirklich, ich hatte halt viel zu wenig Zeit. Ich wollte das... Also es ist halt absolut scheiße geworden. Aber der hat ja auch gut Grip auf dem Bild, ne? Ja genau, darum geht es ja. Darum geht es in der ganzen Szene. Es ist Kunst. Wohl so okay für Twitch. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es wirklich versucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin mir einfach das Meisterwerk. Auf Strafe? Auf Streife? Wolltest du glaube ich Streife schreiben, oder? Auf Straße wollte ich eigentlich schreiben, aber irgendwie... Ach, ich dachte Streife. Deswegen habe ich... Ah! Okay, das erklärt einiges. Ach so! Ich habe es jetzt gezeichnet. Ach so! Wie geil! Du hast ja schon hier... Das ist... Am Morgen musste ich googeln, natürlich. Das erklärt einiges. Ich habe es jetzt gezeichnet. Masat und Buschmann verhaften Mango. Buschmann. Ich wollte doch wegen Drogen schreiben. Hä? Der Busch sieht auch zufrieden aus, ja. Geil. Oh Mann. Perfekt. Einfach perfekt. Das war echt blöd. Ich glaube, ich hatte vorher das mit dem Hammer gezeichnet und deswegen hatte ich dann auf einmal so Masat und Mango dazu im Kopf zu der Szene auf der Straße. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Hammer. Fantastisch. Fantastisch. Hat Spaß gemacht. Aber ich muss leider weg jetzt gleich. Ja, danke fürs Einladen. Das war super funny. Ja, war sehr witzig. Ich hoffe, es wird spüren. I had a great time. Willst du mal mit mir noch eine Valorant spielen? Let's go! I don't wanna look like this, fuck. I don't wanna feel like this, fuck. Wish I didn't miss her so much. Wish I knew that this would happen, fuck, love like a me.